Und willkommen Leute, da sind wir wieder auf dem Friedhof des Bösen, des Todes und des eigentlich alles. Wir, ich bin wieder, Shellsall1305 und das ist I Wanna Be The Guy The Marathon. Es geht immer noch weiter mit dem Rennen zwischen RealZocker16, Orga13Rocks, Shellsall13, 2K7 und mir. Wir haben hier letztens aufgehört und ich weiß auch wieso. Das sieht böse aus. Sehr böse. Okay, do this. Ah, zu weit. Fuck. Okay, ich hab mich durch gestern jetzt beruhigt, jetzt kann ich weitermachen. Nachdem ich Mike fucking Tyson besiegt hab. Au, renne ich einfach in Spikes rein, weil ich die Zeit ja hab. Genauso wie hier. I find Sky is super goose and ghost. Ich hab das Game zwar nie richtig gezockt, aber die Musik kenne ich trotzdem und mag ich. Ne, 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 ne. Scheiße. Ne, 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 ne. Scheißhand. Fuck. Oh Gott, ich hasse das. Und das auch. Okay, jetzt könnten wir auch den Double Jump mal wieder machen. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht für mich. So, dankeschön, Guy. Äh, ne, Kid. Du bist nicht Guy, du bist Kid. Du bist tot. Hey, der Mond wird immer voller. Das macht mir Angst. Eben hat mich schon der Mond getötet. Jetzt tötet mich gleich der Nächste, oder was? Ja, im nächsten Screen ist er wahrscheinlich voll und tötet mich. Okay. Das ist nicht so schwer. Oder? Nein, ist es nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Ähm, jetzt brauche ich Timing. Nein. Wie soll man das schaffen, ey? Das ist voll schnell. Richtig. Richtig, Kid. Renn in die Spikes. Du hast es nicht verdient zu leben, Kleiner. Und willst, warum willst du auch The Guy werden? Warum willst du ein Typ werden? Du bist doch ein Kid. Du bist ein Kind. Das ist besser als ein Typ. Stehe jedenfalls in der Rangliste. Ah. Du, 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 du. Okay, das ist immer noch kein Problem. Ab hier wird es knifflig. Und ab. Okay, und das wird jetzt ganz knifflig. Ein Königreich für Safe States. Oh. Na, na, na. Okay, jetzt funktioniert mein Doppeljump schon wieder nicht. Was mich sehr aufregt. So unlogischer Doppeljump auch sein mag. Ich brauche ihn. Na, 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 na. Okay. Bis hierhin schaffe ich es, aber... Ah. Shit, da muss man anscheinend gleich weiterlaufen. Das ist... Doppelsprung, Kid. Doppelsprung. Listen to my Controller. Hör meinem Controller zu, was er sagt. Okay. Zu doof. Ich werde hier sehr viel Zeit verbringen, habe ich das Gefühl. Ich werde diesen Friedhof wohl richtig lieb gewinnen. Okay. So weit, so gut. Hopp. Hoppa. Okay. Nein, so. Scheiße. Och, komm. Wie soll man das schaffen? Das ist viel zu schnell. Au. Super. Jetzt schaffe ich mal mehr den Sprung hier. Ganz toll. Ganz toll, Kid. Was war das jetzt? Du, du, du. Okay. Mal richtig hinsetzen. Na, 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 na. Verzack, verfuck, verfuck. Och, Kid. Du nervst mich. Nein! Was soll man da für ein Timing haben? Ich hab das nicht raus. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, was ich da für ein Timing haben muss. Okay. So far so good. So far so stupid. Oh Gott, nee. Kann ich einen anderen Weg gehen? Ich hab diesen Friedhof gar nicht lieb. Ich hasse Friedhöfe, by the way. Ach komm, Leute. So gut die Musik auch sein mag. Ich glaub, irgendwann wird sie mir auf den Sack gehen, solange ich in diesem... Was? Seit wann killt mich die Decke? Ach Gott, ey. Das ist doch nicht logisch, ey. Ein kleines Kind explodiert. Wieso? Oh, komm! Oh Gott, diese verfickten, sich bewegenden Spikes. Was zur Hölle? Mach's doch gleich auf Vollspeed. Dann haben wir's hinter uns. Ja, wann bewegen die sich nicht jetzt schon so schnell? Dann wär's doch komplett unmöglich. Und was soll der Scheiß jetzt schon wieder? Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ich hasse diesen Part. hier. Oh komm, da hast du doch gar kein Timing für. Oh Gott, was soll man da für ein Timing haben? Warum setzen wir nicht gleich 50 Spikes in eine Reihe? In Highspeed. Inklusive fallender Äpfel. Und dazu kommt nochmal Mike Tyson, der immer hinter ihm steht und dich haut. Und ja. Hab ich was vergessen? Ja, Blitze von oben. Das können wir auch noch dazu hauen. Dann haben wir es doch. Und jetzt das. Und dazu noch brodelnde Lava, die andauernd steigt. Dass wenn ich das nicht in zwei Sekunden schaffe, dass die mich tötet. Das, oh, das Game ist doch, ey. Komm schon. Komm schon, Kid. Ja. So, jetzt guck ich erst mal. Nein! Ich weiß nicht mal wann. Oh, komm. Hör nicht auf, in die Spikes zu rennen, du Retard. Bist eben schon in ein Schwert gesprungen. Also, reicht dir das nicht? Ja, richtig. Spring zu früh, du Depp. Scheißvollidiot. Shadow, du bist ein Trottel. Weißt du das? Ja, ich weiß. Dankeschön. Bitteschön. Renn rein. Renn rein, du Arsch. Renn rein. Das macht ja so einen Spaß. Ich will Pizza. Das ist doch gar nicht möglich. Irgendwas trifft dich doch immer. Was zur Hölle? Oh, nein. Fuck. Ja, natürlich. Hör auf. Oh, fucking Headset. Ich hasse mein Headset. Jetzt kommen wir erst mal runter. Jetzt muss ich erst mal runterkommen. Das ist Millimeterarbeit. Ich muss erst mal was trinken. So, schon viel besser. Oh, come the fuck on. Wie soll man das machen? Ich hab keinen verfickten Plan, wie ich das machen soll. Hör. Ah. Warum haben wir es nicht jetzt schon? Richtig. Das ist doch nicht möglich. Wie soll man das machen? Und die Musik fängt auch langsam an, wie auf den Sack zu gehen. Und du auch, Kid. Warum müsst ihr solche Haarschlöcher sein? Was zur Hölle? Seit wann killt mich ein Ellenbogen? Krall, okay. Ellenbogen ist was anderes. Nee, Schulter ist das ja schon. Und was soll der Scheiß schon wieder? Was laufe ich überhaupt noch? Warum sterbe ich nicht einfach? Warum tue ich uns allen nicht den Gefallen? Oh. Ah. Ah. Richtig so, ey. Was zur Hölle? Was haben die für eine Hit-Detection? Und was soll der Scheiß schon wieder?